Heute wollen wir uns einen kurzen Überblick über die zweite große Erweckung Amerikas erarbeiten. Sie verlief von 1790 bis 1840, eine Zeitspanne von 50 Jahren. Ihren Höhepunkt hatte sie wohl mit Charles Finney in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die erste große Erweckung unter Jonathan Edwards und George Whitfield in den britischen Kolonien ebbte um 1750 wieder ab. 1776 erklärten die Kolonien ihre Unabhängigkeit von England. Sie bildeten von nun an die Vereinigten Staaten von Amerika. Durch dieses gravierende Ereignis wurde die Bevölkerung Amerikas selbstbewusster. Demokratie, die Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen, sowie die emanzipierte, aber auch optimistische Haltung, dass der Mensch vieles aus eigener Kraft erreichen könne, wenn er nur wolle, prägte immer mehr auch das evangelikale Denkmuster in Bezug auf Erweckung. Davon aber später mehr. Wer die zweite Erweckung Amerikas betrachtet, muss sie auf drei Bereiche aufteilen. Da waren zuerst die speziellen Erweckungen unter den Siedlern im sogenannten Wilden Westen. Hier ging es in der Tat etwas sehr wild zu, auch mit den dortigen Erweckungsphänomenen. Ein weiterer Blick auf die dagegen moderaten Kirchen an der Ostküste Amerikas zeigt, dass auch hier erweckliche Ausbrüche geschahen, doch waren sie vorwiegend Bewegungen unter Universitätsstudenten und Gemeinden, die eher von stillen und demütigen Professoren und Pastoren ausgelöst wurden, die Gottes Wort schlicht und treu predigten und somit Menschen zu Christus führten. Im dritten Schritt wollen wir die große Persönlichkeit unter den Erweckungspredigern der zweiten Erweckung näher betrachten, Charles Finney. Ihm gelang es, die Erweckungsphänomene unter den Siedlern im Westen mit der moderaten Frömmigkeit der Kirchen im Osten zu kombinieren und sie zu einer völlig neuen Art von Erweckungsveranstaltung zu verschmelzen. Auch wenn sich um 1750 das Erweckungsfeuer in den Kolonien abschwächte, so waren es die Methodisten, die weiter zielstrebig und voller Hingabe in Amerika evangelisiert und missioniert haben. Ihr Gründungsvater war John Wesley, der 1739 in England mit Freiluftversammlungen begann, um auch den Menschen außerhalb der Kirchenmauern das Evangelium zu verkündigen. Es war die Geburtsstunde des Methodismus in Großbritannien. Von nun an predigten viele Methodisten Prediger im Freien. Auch nach Amerika wurden viele dieser Prediger ausgesandt. Sie waren unermüdlich an der Ostküste Amerikas unterwegs, aber auch besonders im sogenannten Wilden Westen unter den Siedlern tätig. Die Siedler an der Westfront Amerikas wohnten sehr vereinzelt und verstreut. Kirchenhäuser waren oft weit voneinander entfernt, wodurch das dürftige Frömmigkeitsleben der Siedler zu beklagen war. Für die Methodisten aber war es daher klar, wenn die Siedler nicht mehr zur Kirche gehen, dann müssen wir die Kirche zu ihnen bringen. Es entstanden nun die sogenannten Bezirksreiter. Diese waren Prediger, die zu den einzelnen Farmen und Höfen ritten, um dort die Siedler zum Glauben an Christus zu führen und ihren Glauben in Hausversammlungen zu stärken. Auf diese Weise wuchs die Methodistische Gemeindebewegung. Bildeten die Methodisten im 18. Jahrhundert in den britischen Kolonien noch eine Minderheit, so gab es hier um 1860 bereits an die zwei Millionen Methodisten. Sie bildeten die größte christliche Glaubensgemeinschaft in Amerika. Unter diesen Bezirksreiter sind zwei Prediger besonders bekannt geworden. Lorenzo Dau, ein Mann, der so mit Hingabe und Begeisterung erfüllt war, dass er fast überall in Amerika bekannt wurde. Er predigte in Hallen, in Scheunen, auf freiem Feld. Er predigte zu Methodisten, Baptisten, Quäker, Katholiken und Atheisten. Er scheute sich nicht, öffentlich und deutlich gegen Weltlichkeit, gegen Katholizismus, Calvinismus, Deismus und Atheismus zu predigen. Er zog die Menschenmassen an und wurde von ihnen bewundert, aber auch gehasst. Da er ständig mit dem Pferd unterwegs war, verzichtete er darauf, sich zu waschen, sich zu kämmen und neu einzukleiden. Es waren seine Zuhörer, die ihm immer wieder mal einen neuen Mantel zuwarfen. Ein soliderer Bezirksprediger war Francis Asbury. Er war Brite und wurde von John Wesley nach Amerika ausgesandt. Bald wurde er der erste Bischof der Methodistischen Gemeindebewegung auf amerikanischem Boden. Auch er hatte ein Herz für die Siedler. Für ihn war kein Ritt zu den weit entlegensten Siedlungen zu schwer. Durch Sturm und Wetter, oft durch Wälder und Gestrüpp und durch Flüsse hindurch, denn Straßen gab es nicht, erreichte er die Farmen, um dann Hausgottesdienste unter den Siedlern durchzuführen. Er soll bis etwa 16.500 Predigten gehalten haben, ordinierte mehr als 4.000 Prediger und legte ca. 275.000 Meilen zurück. Nicht nur mit einem Pferd, sondern mit vier treuen Pferden. Eine weitere Methode, die für das Glaubensleben der amerikanischen Siedler wichtig wurde, waren die Campmeetings, die Zeltlager oder Lagerversammlungen. Einmal im Jahr wurden solche Campmeetings an verschiedenen Plätzen für jeweils ein bis zwei Wochen durchgeführt. Auf einem Wald- oder Wiesengelände wurde gezeltet und darauf verschiedene Predigtbuden errichtet, sodass überall gepredigt, gesungen, gebetet und Gemeinschaft gepflegt werden konnte. Hier kamen Tausende aus verschiedenen Gemeinden zusammen, Methodisten, Baptisten und Presbyterianer. Hier wurde versucht, Einheit unter den Gläubigen auszuleben. Aber das Wichtigste in solchen Lagerversammlungen war die Verkündigung des Wortes Gottes, sowohl evangelistisch wie auch lehrhaft und aufbauend für die Gläubigen. Es ging sehr lebendig und emotionsgeladen auf solchen Campmeetings zu. Wenn man sich die Zeichnungen der damaligen Campmeetings genauer anschaut, sieht man viele Menschen in Ohnmacht fallen oder voller Freude tanzend, betend, auf Bänke kniend, weinen und schluchzen. Ja, das Geisteswirken war stark und überall brach eine Trauer über begangenen Sünden aus. Aber auch die Freude über die erlangte Heilsgewissheit wurde emotional zum Ausdruck gebracht. Die Predigten waren dynamisch und mitreißend. Auf einem Campmeeting bei Caneridge im Jahr 1801 soll das Wirken des Heiligen Geistes unter 20.000 Campers so stark spürbar gewesen sein, dass es zum Vorbild für alle weiteren Campmeetings wurde, verbunden mit der Gebetsbitte »Herr, lass es wieder wie Caneridge werden!« Die Siedler kamen mit ihren Pferden von weit angereist, voller Erwartung und Hunger nach dem Wort. Solche Campmeetings erfüllten in der westlichen Frontlinie Amerikas einen vielfältigen Zweck für die Siedler. Erstens, Campmeetings hatten einen wichtigen sozialen Aspekt. Die weit abgelegenen Siedler bekamen hier die Möglichkeit des gemeinsamen Treffens, auf dem Nachrichten ausgetauscht und neue Freundschaften geschlossen wurden, aber auch der Gemeinschaftsaspekt beim Singen und Predigen erfahrbar wurde. Es war der Höhepunkt des Jahres. Zweitens, Campmeetings waren Begegnungen mit dem lebendigen Heiligen Gott. Der weltliche, harte Lebensstil der Siedler wurde durch das Wort in das Licht Gottes gestellt. Es wurde gegen das weltliche Treiben und Verhalten wie Trinksucht, Fluchen und Glücksspiele gepredigt und Gottes kommende Gericht über diese Dinge wurde klar in den Vordergrund gestellt und Menschen taten Buße über ihre Sünden. Drittens, Campmeetings festigten die Einheit unter den Christen. Es sollten nicht mehr die voneinander trennenden Schranken der Glaubensgemeinschaften hochgehalten werden, sondern vielmehr die gemeinsame Liebe zu Christus. Campmeetings waren ein gesegnetes Instrument für eine gesunde Kooperation zwischen den christlichen Gemeinden. Viertens, Campmeetings förderten das Gemeindewachstum. Sie festigten das geistliche Leben der Gläubigen und durch viele Bekehrungen wuchsen die Gemeinden im Westen Amerikas. Das harte Leben der Siedler erforderte harte Predigten und eine harte Begegnung mit dem lebendigen Gott. Gott wirkte durch seinen Geist, gerade so, wie es die Siedler im wilden Westen brauchten. Doch der große Erfolg der Methodisten in Amerika lag nicht nur in ihren Bezirksreiterpredigern und Campmeetings begründet, sondern es war auch die einfache Erlösungstheologie der methodistischen Verkündigung. Wurde während der ersten Erweckung Amerikas noch der lange Bußkampf betont, der einer Bekehrung als Vorbereitungszeit vorangehen musste, so lautete jetzt die Botschaft, Jesus ist für dich gestorben. Heute kannst du ihm im Glauben ergreifen. Bekehrung wurde jetzt also nicht mehr als Bußkampfphase betont, sondern als Bußmoment. Heute kannst du Frieden mit Gott empfangen. Menschen öffneten sich dieser Botschaft und wurden neue Menschen in Christus in einem Augenblick noch am gleichen Tag. Doch wie sahen die geistlichen Aufbrüche im Osten Amerikas aus? Den Pfarrern der Kirchen an der Ostküste waren die Phänomene im Westen viel zu wild, emotional ungeordnet, oberflächlich und unstrukturiert. Doch dies bedeutete nicht, dass es hier keine Erweckungen gab. Erweckliche Bewegungen gab es hier an der Yale-Universität. Yale, die Universität, an der Jonathan Edwards und auch der junge David Brainerd studiert hatten. Immer mehr verbreiteten sich die aus Europa kommende Ideen der Aufklärung an den Universitäten im Osten Amerikas. Voltaire war unter den Studenten populär geworden. Diese von Gott gelöste, ja Gottes lästerliche Ideen brachten einen großen geistlichen Ruin über die Studentenschaft Amerikas. Auch in Yale, die noch vor einigen Jahrzehnten für die reformierte Frömmigkeit bekannt war. Die Studentenzahl nahm bis zu 110 Studenten ab. In dieser Situation hinein wurde ein Timothy Dwight Präsident von Yale. Er war der Enkelsohn von Jonathan Edwards mütterlicher Seite. Schon seit seinen jungen Jahren war er erfüllt mit Eifer und Energie für das Lernen und Studieren, wurde schon mit 17 Jahren Lehrer und war bereit, die geistlich ruinierte Yale-Universität zu leiten. Er war zuvor als Pastor tätig gewesen und somit lag ihm das geistliche Leben der Studenten sehr am Herzen. Er wollte ihnen die Integrität und Würde des christlichen Lebens groß machen. Ein wichtiger Schwerpunkt in seinen Vorlesungen und Predigten, die er in den Studenten Gottesdiensten hielt. Auch wurden öffentliche Debatten durchgeführt, in denen Dwight deutlich machte, dass Zweifel geäußert werden dürften, aber auch, wie die von der Bibel geprägte Weltsicht weit erhaben über den Ideen einer von Gott gelösten Weltanschauung steht. Als Dwight sein Amt als Präsident antrat, konnte jeder die Veränderung an der Universität sofort verspüren. Es soll ein gesunder christlicher Einfluss von Dwight auf die Studenten ausgegangen sein. Dwight führte neue Methoden, Textbücher und Kurse ein. Er wurde der Lieblingsseelsorger für die Studenten. Überall wurde Sündenerkenntnis und ein Suche nach Gott sichtbar. Ein Augenzeuge berichtete, das Yale College ist zu einem kleinen Tempel geworden. Die Studenten erfreuen sich an Gebet und Lobpreis, so wie an einer tiefen, ehrfürchtigen Stille vor Gott. 1802 und 1806 waren starke Erweckungsjahre in Yale. Timothy Dwight, ein Professor mit viel Liebe zum Herrn, wurde dafür gebraucht. Er war auch die Person, die nicht mehr den strikten Calvinismus betonte, der die Erweckung als ein überraschendes Wirken Gottes ansah. Vielmehr sei es möglich, dass wir bewusst auf eine Erweckung hinarbeiten könnten. Damit gab Dwight wohl dem bekanntesten Mann in der zweiten Erweckung Amerikas die Vorlage, auf der dieser dann aufbaute. Charles Finney. Charles Finney steht für den großen Evangelisten, der zweiten Erweckung Amerikas schlechthin. Er organisierte jetzt etwas völlig Neues, die Massen-Evangelisation außerhalb der Kirchengemeinden. Jetzt wurden Evangelisationswochen durchgeführt, Hallen für große Evangelisationsveranstaltungen gemietet, Gebetsinitiativen und Gemeindeköre für das Programm mobilisiert, alles mit dem Ziel, dass wir Menschen zu jeder Zeit in der Lage seien, Erweckungen herbeiführen zu können. Charles Finney, mit dessen Leben wir uns in einem nächsten Video noch näher befassen werden, gelang es, die neue Sicht von der sofortigen Bekehrung mit der Begeisterung der Camp-Meetings des Westens zu einem neuen Erweckungsmodell zu vereinigen. Erweckung als Großveranstaltung, die über mehrere Wochen an einem speziellen Ort durchgeführt wird. Dazu führte er neue Methoden ein, die in der damaligen Zeit vielen Pfarrern und Gemeindemitgliedern sehr revolutionär erschienen. Schon allein diese Großveranstaltungen mit mehreren Gemeinden zusammen über mehrere Tage hinweg sah für viele fast wie ein Camp-Meeting in der Stadt aus. Gottesdienste nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern jetzt auch in öffentlichen Räumen an den Abenden während der Woche. War es bei der ersten großen Erweckung Amerikas noch die Freiluftversammlung, so war es jetzt das große Evangelisations-Event in einer Halle vor Ort. Weiterhin führte Finney den Ruf nach vorne, den Altar-Call, ein. So eine Aufforderung zur Entscheidung, nach der Predigt nach vorne zu kommen, war neu. Doch auf den Camp-Meetings im Wilden Westen wurde dies Jahr bereits praktiziert. Hier wurde bei jedem Gottesdienst eine Mörning-Bench, eine Trauerbank, aufgestellt, wo der Bußfertige seine Bekehrungsabsicht öffentlich zeigte. Diese speziellen Sitzplätze wurden jetzt vorne von der Kanzel für Suchende freigehalten. Während des letzten Liedes wurde hierzu eingeladen, oft auch fordernd, mit psychischem Druck. Auch den Predigtstil versuchte Finney zu verändern. Er wollte Schluss machen mit den langweiligen, trockenen Predigten. Predigten müssten authentisch, frei und direkt sein, mit Blickkontakt zu den Zuhörern. Sie müssten anschaulich, überzeugend und lebendig sein, nicht mehr das trockene Vorlesen vom Predigt-Konzept. Da Finney aus der Welt der Anwälte kam, er selbst war Jurist, wusste er sehr wohl, dass gute Anwälte Kommunikationsexperten sind. Sie können andere überzeugen. Genau diese Erfahrung wollte er jetzt auch in die Erweckungspredigt einführen. Das Predigt-Konzept sollte nur noch aus Stichpunkten bestehen. Rational, klar gegliedert, ein logischer Gedankengang war für Charles Finney wichtig, aber hierbei dürfte die emotionale und dringliche Seite einer evangelistischen Predigt nicht fehlen. Bei allem darf die Emotionalität nicht auf Kosten der Rationalität gehen. Gute Theologie war für Finney wichtig, aber die direkte, lebendige Ansprache mit Blickkontakt dürfte nicht zu kurz kommen. Er riet Predigern über Sünder nicht in der dritten Person zu reden, sondern sie mit Du anzusprechen, um ihre Gewissen direkter zu erreichen. Er drang auf eine sofortige Bekehrung. Für Finney galt, wenden wir die richtigen Methoden an, dann wird es auch eine Erweckung geben. Dabei stellte er den Menschen und seine Fähigkeiten in den Mittelpunkt. Es ginge nur noch um die richtigen geeigneten Mittel, die der Mensch in seiner Weisheit anwenden muss. Dann würde schon eine Erweckung ausbrechen. Hiermit traf Finney genau den Nerv der damaligen amerikanischen Gesellschaft, die jetzt nach der Unabhängigkeitserklärung die Demokratie, die Freiheit und die Machbarkeit des menschlichen Willens herausstellte. Dieser aggressive Optimismus, dass wir Menschen mit den richtigen Mitteln alles erreichen könnten, spiegelte die Erweckungstheologie von Charles Finney wieder. Genau nach diesem Finney-Modell kennen wir bis heute die meisten evangelistischen Veranstaltungen und Gottesdienste. Nach Finney wurde sie von Moody bis hin zu Billy Graham weitergeführt. Finney erreichte viele Menschen in den Staaten Amerikas. Doch es gab auch die stillen Pastoren im Lande, die diese Taktiken Finneys scharf kritisierten. Wir müssen dies verstehen. Für sie kam alles viel zu menschlich gemacht daher. Einer von ihnen war Pastor Assal Nettleton. Er war ein Mann, den Gott ebenfalls gebrauchte, sowohl er im Schatten von Finney kaum bekannt wurde. Durch seinen Dienst haben sich auch Tausende bekehrt, aber eben nicht auf gesonderten Großveranstaltungen, sondern innerhalb der Gemeinden, die er betreute und umsorgte. Er legte Wert auf Ordnung und stilles Geisteswirken. Er vermied jede Regung von Emotionen in seinen Gottesdiensten. Er übte keinen Druck aus. Den Ruf nach vorne praktizierte er nicht. Für ihn war wichtig, dass Menschen von Gott überwunden werden und nicht durch einen menschlich manipulativen Entscheidungsruf. Dabei arbeitete er ganz in der Tradition von Edwards und Whitfield, aber auch Spurgeon und Ryle, die ebenfalls den Ruf nach vorne nicht praktizierten. Nettleton begleitete die Neubekehrten in Kleingruppen. Jüngerschaftsbegleitung war für ihn wichtiger als das große Event. Auch er sah Gott am Wirken. Somit sehen wir also, dass es in dieser zweiten großen Erweckung Amerikas verschiedene Wirkungsweisen Gottes, aber auch verschiedene Arbeitsmethoden der Menschen gegeben hat. Sie hatte unterschiedliche Gesichter. Das an der westlichen Front war durch die Bezirksreiter und Campmeetings bestimmt. An der Yale-Universität wirkte Gott unter der Studentenschaft auf der akademischen Ebene. Unter Finney dann durch das bewusste Organisieren und Planen mit neuen Methoden für seine Großveranstaltungen oder aber im schlichten Gemeindeleben und Predigen des Wortes, wie es Pastor Nettleton erlebte. Wir können dem Geist Gottes niemals vorschreiben, wie er zu wirken hat. Auch wenn wir heute für Erweckung beten, sollten wir erst einmal unsere eigenen Vorstellungen von Erweckung beiseite legen. Wir sollten nicht erwarten, dass Erweckung sich heute im gleichen Stil zeigen muss wie vor 100 Jahren. Aber eins ist klar. Wenn Erweckung geschieht, dann werden wir unsere Kontrolle abgeben müssen. Dann beugen wir uns nur noch unter dem Wirken des Heiligen Geistes, so wie er wirkt und nicht, wie wir es meinen oder wollen. Charles Finney gilt trotz seines Erfolgs bis heute als umstritten. Denn seine These war, wenn wir nur die richtigen Methoden und Mittel anwenden, wird eine Erweckung geschehen. Jonathan Edwards dagegen betonte, dass keine Erweckung menschlich machbar sei. Erweckung ist immer das souveräne und überraschende Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte mich da Jonathan Edwards anschließen, denn der Geist Gottes ist wie der Wind, den wir nicht kontrollieren können, sondern er weht, wo und wie er will und wird uns immer wieder neu überraschen. Ich möchte für solche Überraschungen des Geistes offen sein und sie betend erwarten. Vielleicht wird er uns eines Tages mit seinem Wirken überraschen, im persönlichen Leben, in unserem Gemeindeleben und in unserem Dienst. Doch eine gesunde Voraussetzung für jede Erweckung ist, dass wir im Gebet offen bleiben, für Gottes souveränes Handeln. ... Vielen Dank.